Hallo Freunde von Breaking Point. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen die ansässigen Fraktionen zu unterstützen, bevor wir mit der Hauptmission weitermachen und uns um Walker kümmern. Wir werden ein paar Proviant-Cluster stehlen, um die Selbstversorgung ein bisschen zu entlasten. Muss natürlich auch gemacht werden. Je mehr Unterstützung wir ihnen bieten, desto mehr Unterstützung bekommen wir. Hier habe ich Infrarotbrille. Das ist Sumpfland, da ist der Nebel schon ein bisschen dichter. Wie aktivieren wir bei unseren Herzen die Infrarotbrille? Mit V. V für Nachtsicht und dann noch eins für Infrarot. Zum Schrauber. Gott, ich kann sie schon nicht mehr sehen. Welche Richtung müssen wir laufen? Wir laufen zum ersten Punkt, oder? Die rechte Richtung ist ein Kilometer entfernt. Da kommen nochmal Taschenlampen. Linke Hand. Und? Ja, ich habe den Linken. Das sind aber drei Stück, glaube ich, oder? Ich sehe nur zwei. Ich sehe nur zwei. Ich habe den Rechten. Ready? Los. Go, oder? Ja. Ah, da kommt eine Paketdrohne von Süden. Der Nebel ist hier nur mit Infrarot zu sehen. Ich habe noch keine Infrarotsicht. Sehr gut, ich habe nur Nachtsicht. Ich glaube, ich werde mir auch keine Infrarotsicht zulegen. Das ist alles Gepäck. Das kann ich nicht alles tragen. Ich habe dafür einen Seitenschneider mitgenommen, damit wir durch Zähne kamen. Was passiert? Guck mal, jetzt soll man den Loot nicht bekommen, weil du sie zu früh abgeschossen hast. Liegt da hinten. Ein bisschen warten. Nicht mal sofort los schießen. Vor uns ist was? Oder ist das der Käpt'n? Das ist der Käpt'n, glaube ich. Nein, ich bin... Nein, das muss der Prime sagen, glaube ich, vorne. Auf dieser Landzunge... Also links, auf der linken Seite... Ja, genau, da bin ich. Ich hätte schon fast abgeschossen. Ja, das ist Donner. Blitz. Alles ist wirklich ganz schön eblig. Das ist Sumpfgebiet. Da muss doch der Marine doch wohlfühlen. Mhm. Äh, gerade aus Osten sehe ich auf jeden Fall zwei Gestalten. An dem Baum. Direkt am ersten. Zivilisten sind sie da nicht. Nicht sofort schießen, bitte. Es sind keine Zivilisten. Es sind doch nirgendwo Zivilisten. Aber zwei, glaube ich, vielleicht sind zwei gefangen. Es sind drei auf jeden Fall. Es sind noch zwei tatsächlich, ne? Ach, dahinter sind Motorräder. Ich sehe noch zwei und dahinter sind Motorräder, ok? Keine Entein. Es sind drei, ja. Es sind drei. Ja. Einer steht direkt dahinter. Ja, bin ready. Und unten sieht ihre Gesichter. Ich hab den ganz... Ich hab den ganz... Rechts. Ok, dann nicht den ganz hinten. Ich kann zwei erlegen. Drei, zwei, eins, los. Boah, der Nebel ist so dicht, ich sehe jetzt nichts mehr. Wir müssen sowieso auf die andere Seite des Flusses. Ja, ohne Infrarot ist mir recht aufgeschmissen. Ja, ohne Infrarot ist mir recht aufgeschmissen. Witzig, glaube ich. Soll ich vielleicht verbinden, ne? Ja, ja. Warte mal drauf, dass Prime hier sich verbunden hat. Ja, das ist nicht möglich momentan. Ja. Müsst du den Prime? Ich kann sie verstärken. Vielen Dank. Oh ja, das hat funktioniert. Das... Da kann ich endlich die Verbände abnehmen. Vielen lieben Dank. 450 Meter. Oh, wisst ihr an was mich das erinnert? Der rechts geradeaus. Ja, hab ich gesehen, ja. Das erinnert mich an den Filme meiner Jugend. Star Wars auf dem Endormond. Ich sehe immer nur einen. Ah, ich sehe auch. Ja, da war es auch ziemlich sumpfig. Ne, es sind zwei. Einer hakt. Der, der hakt, ist auch keiner. So, ready? Ja. Dann stehen wir. 1, 2, 1, go. Information. Ich untersuche. Aufklärungsdaten sammeln zur AK-47. Wurde ausgewählt. Ich habe ein Feuer gefunden auf jeden Fall. Richtung Süden. Ja, ist aber ziemlich weit weg wahrscheinlich. Das rote Leuchtfeuer meinst du? Ja. Das wird eine Drohne sein. Denke ich auch. Dann gehen wir da besser nicht hin. Ja, da ist ein gepotzertes Fahrzeug. Zwei Stück und da ist auf jeden Fall schon was dabei. Das ist der Laster den wir klauen müssen. Aber warum so besser? Kann einer den Laster fahren und die anderen drei schnappen sich den Jeep? Warte, 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 warte. Bei dem Gebäude weiß ich nicht, ob bei dem Bunker hier ist, oder? Patrolier auf der Straße, kommt gleich über die Brücke gefahren. Achtung. Da ist eine Polizeidrohne. Irgendwer wurde schon gesichtet. Ne, die ist noch ganz normal. Aber warum ist die Polizeidrohne in Alarmbereitschaft? Hat sie vielleicht die Drohne gesehen? Die blinkt eigentlich sofort dann immer. Ja, hat die auch gerade geblinkt. Schauen wir mal die Bunkeranlage hier ran. Jetzt wurden wir entdeckt. Aber wer wurde entdeckt, warum? Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich nicht. Ich bin hinten an der Bunkeranlage. Dann wurde Primer schon entdeckt. Nein, da ist niemand. Nein, da ist niemand. Das hätte ja auch keiner entdeckt werden dürfen eigentlich. Wir sind weit weg. Da ist irgendwie niemand in dieser Bunkeranlage. Ist es down, ist down, ist down, ist down, ist down. Falsch. Das sind noch... Ja, wir müssen aber noch hier sein. Bei der Bunkeranlage ist nichts, oder was? Nein, da ist nichts. Es sind noch zwei Leute. Baruchbrücke. AB. Drohne, Drohne, Drohne. Oh shit, fette Drohne, ja. Dort runter. Lass uns jetzt mal weiter schreiben. Wenn die getarnt sind, egal. Die sehen euch sowieso nicht. Ich kann mich nicht tarnen. Das ist nicht gut. Ich kann nur liegen hier. Der Cyber läuft auch momentan sich nicht gerade. Ich bin hier im Fluss unten getaucht. Ich glaube, wenn ich unter die Brücke schwimme, kann sie mich nicht sehen. Ich bewege mich einfach nicht und bin... Die ist vorbeigeflogen. Ich liege neben dem Stein, von daher. Okay, ich bin jetzt unter der Brücke. Haben ihn. Boah, das war knapp. Einer ist noch. Einer ist noch östlich. Ja, ist eben. Hab ihn. Mann, das war knapp. Hör auf, irgendeine Scheiße vom Boden aufzusammeln. Ja. Information gecappt. Ja, alles gesehen. Ich hab den LKW. 1,8 Kilometer ist Dings... Oder wir müssen mit den Fahrzeugen wieder mit, oder? Wie machen wir das? Wir müssen mit den Fahrzeugen auf 466, oder? 466, da hin. Dein Einransgeschütz. Ja, fahr zu dritt. Ich schau mir derweil den nächsten Punkt an. Ja, dann beseitige hier die Leiden. Geschütz. Stop. Captain, ich will ins Geschütz. Okay, ready. Wird ihr vorfahren, oder? Bei uns. Ach, das Lagerfeuer ist wahrscheinlich das Dings hier, was ich meinte vorhin, ne? Ist das der Punkt, kann das sein? Das kann doch auch sein, ja. Ja. Ja, da sind wir das. Oh, desto besser, dann haben wir es ja nicht weit. Dann holen wir gleich nochmal den Prime rein, und dann können wir mit dem Fahrzeug weiter düsen. Wir können uns sehen. Ah, hier ist ne Kiste. Nein, hier ist gar keine Kiste. Sieh so aus, wenn ne Kiste da wäre, aber es ist keine Kiste. Mutition war auf jeden Fall hier. Gut, dann fahren wir den Prime aufholen. 2,2. Okay. Wir holen uns das beim Kleiner. Äh, wo seid ihr denn? Ja, da drin. Achso, okay. Ich sehe euch hier gar nicht in dem Nebel. Wie die Leiche gefunden, ich habe alles aufgeräumt. Miese Scheisse. Gefangene Person. Ach, da sind noch mehr. Ich dachte, das seid ihr. Ja, wir kommen, wir kommen. Ich dachte, das seid ihr. Ja Gott, ich dachte, das seid ihr. Ach, mitschiessen. Verdammt. Das sind jetzt drei Fahrzeuge. Passt auf. Hast du das alles auf die Seite gestellt? Boah, also wer räumt denn da auf mit der Minigun? 2 Prime? Äh, rechts vom ersten. Ganz genau da, genau rechts. Hier im Gras liege ich. Ah, da ist noch einer. Es sind noch zwei. Links von den Käpt'n. Vielen Dank. Dahinten kommt noch einer. Dahinten kommt glaube ich noch einer, oder? Ja. Ja. Das sei. Da gab es dann die Bäume, oder? Gut, 1,7 in Richtung Nordosten dann. Dann steigt ein, Leute. Ach, ich habe extra alles aufgeräumt hier. Und dann kam... Hat sich gelohnt. Ja, also eine Leiche wurde gefunden, die unter dem Jeep hervorgeholt hat anscheinend. Da sind alle stehen geblieben, diese Arschgeigen. Ja, ja, und ich dachte, er kam von hinten und da war ich. Dieser graue Jeep da, ne? Da dachte ich, das sei dir. Ja, 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 ja. Gut, stress mich. An mich. Ich bin entspannt. Go. Go. Aber Sichtkontakt, Vorsicht! Stirb! Er hat sich dir auf den Jeep geworfen. Hab ich gesehen, ja. War unfair. Boah, dieser Nebel macht mich fertig. Mal Licht anmachen, vielleicht hilft das. Oh nein. Spontal. Wie viele denn noch, Alter? Ah, da vorne ist er schon. Oh shit. Das brennen wir. Scheiße, das war Munition, oder was? Ich glaube, das war das Moped. Schuss gehört. Geben wir jetzt den Fuss weiter, oder was? Hubschrauber. Ja, ist auf 800 Meter, da ist ja schon der... Ach, ich dachte, das ist der... Ich auch, ja. Da kommen Fahrzeuge, Prime. Da kommen Fahrzeuge. Ne, keine KB, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Ich weiss nicht, was... Wir müssen eine gefängene Person retten. Was seid ihr denn überhaupt? Ja, ja, du läufst in meine Richtung. Verschießt ihn doch auf mich. Heli! Ist ja der scheiß Helikopter nicht. Heli ist tot. Ah, sehr gehört. Ich dachte, der scheiß LKW ist es. Geht Drohne über uns. Boah, scheiße, ich werde zu schissen. Hab sie. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter mir, hinter mir. Ah, der hat mich noch gewissen. Genau der. Ah, kann mir jemand da aufhelfen? Ja, ja. Ja, natürlich. Frontal. Finder. Wo kommen die denn alle her? Die sind alle alarmiert. Ja, wenn hier... Weißt du... Was ist denn der Typ, der hier mit der Größenkanone gerade voll rumgeheizt hat? Frag's nicht, wie die alle herkommen? Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Ah, ich geh. Ah, hallo. Ach so, hallo. Wer hat das gesagt? Ja. Ah. Ah. Fahrzeug. Wann schießt ihr eigentlich immer so früh? Warum lasst ihr die nicht näher kommen? Okay, und jetzt? Ja, wir haben noch 700 Meter bis sie. Aargh. Aargh. Uuuuh, die Sonne spiegelt sich ganz rot im Fluss. Von oben von der Brücke. Dürfen sie eigentlich gar nicht, aber ok. In Ordnung. Uh! Was? Da ist was. Wo? Das ist nur 3kw am anderen Ende des Flusses. Ah, ok. Das müssen wir hier machen. Cap'n, was ist die Weisung? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Einige Personen finden oder die Antennen lokalisieren. Ich hab keine Ahnung, welcher von beiden das ist. Oh, ich hab Metallteile gefunden. Ich hab's mit Meterteile gefunden. Hätte der Fischer bestimmt gebrauchen können. Ja, wir haben hier eine Kiste auf der rechten Seite der Tür. Der Fischer, der äh, diesen Unfall hatte. Ich dachte, sie interessiert sich nicht für die Vergangenheit. Ah, das sind sehr lustige Räubergeschichten, die der Cap'n immer zum Besten gibt. Und der einzige Auftrag, der mir angezeigt wird, befindet sich im Westen. Ja, 3,1 Kilometer, aber hier Richtung 209 Meter, geradeaus Richtung Nordosten, wo eine Patrouille auch steht, ist noch ein Punkt. Ah, ja, ja, jetzt sehe ich den auch. Ja, vollkommen korrekt, ja. Und gegenüber von uns sind auf jeden Fall... Der Kampf verschwindet immer wieder. Das ist da drüben, es sind nur zwei Feinde. Na, 30 Meter? Mhm. Ein bisschen schwierig zu sehen, die Gegner dann hier in diesem fucking Nebel, ne? Ich muss sie hören, die unterhalten sich meistens sehr laut. Okay, ich habe zwei Tangos vor einem LKW. Ich glaube, das ist die Antenne. Ich habe noch einen anderen noch dahinter. Ja, ich sehe auch drei Tangos. Da kommt ein Ruhmschrauber schon wieder. Los. Wir durften uns eigentlich nicht sehen unter dem Boden, der Ruhmschrauber. Wenn er uns trotzdem sieht, dann... Ja. Okay, der kam gerade aus der Ecke angeflogen, wo er uns hätte sehen können, tatsächlich. Scheiße. Holy shit. Ja. Was müssen wir jetzt hier machen? Schon erledigt. Wie, das war? Verledigt? Nee. Achso, nee, da ist ja noch was. Hacken. Wird das jetzt irgendwie delften, oder? Ja. Ein, dass sie verteidigen. Für wie lange? 2 Minuten. Nur den. Dann aufteilen, Mädels. Prime schaut Richtung Norden. Westen. Süden. Dann außen gucke keiner. Dann gucke ich richtig aus. Komm, Beschuss melden immer. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Äh, Richtung Süden gerade. Hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen. Bestand. Bestand. Gut. Beschuss bitte immer melden aus welcher Richtung er kommt. Nee, so schauen wir auch aus Westen. Ja, sehe ich. Wie die immer schießen, während sie abstürzen. Nein, die möchten ihrem Tod noch einen Sinn geben. Dann sieht es recht ruhig aus. Eine Bodentruppe. Mhm. 30 Sekunden. Hubschrauber Richtung Westen. Südwesten. Oh ja, ist jetzt Süden. Bewegt sich nach Osten. Yes. Gut. Ha, ist ja easy. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Sehr gut. Dann 3,3 Kilometer Richtung Westen. Noch einer? Können wir den Truck nehmen? Ich glaube, das ist nur ein Zwei-Sitzer, oder? Ja. Ja, dann zwei rein, Gogo. Egal. Die anderen zwei gehen dann zu Fuß. Ach so. Ja, da, ich lauf schon Richtung zu Fuß. Wie ist das vor mir? Hubschrauber beschossen. Ich bin der Leisten. Okay, dann Marine und ich gehen. Solo. Ich bin schon zu Fuß unterwegs. Ach so ich auch. Ja, dann komm. Nein, gehen wir alles zu Fuß. Wir müssen die sowieso das Gewässer quälen. Das ist mit Auto vielleicht nicht ganz so. Man muss ich jetzt dir den Hubschrauber alleine killen? Ja, wir haben ihn auch drauf geschossen. Was ist denn los? Echt? Ich hab nur mein Mündungsfeuer gesehen. Ja, dann musst du halt weitersehen schauen. Also weiter vorne. Ja, ja, ja. Bedeckt euch nur mit meinen Lorbeeren. Müssen wir nicht. Wir haben eigene. Weißt du, erst kann der Scout nicht genug Stiegel haben, und wenn er mal drauf schießt, dann beschert er sich auch mal. Es gibt kein Ich im Team. Es gibt kein Team im Ich. Ja, das stimmt. Genau das ist das Problem. Boah, jetzt sind alles grüne Fische. Das Schöne ist, die Sonne kommt raus und die Nebel verzieht sich. Das ist doch schön. Ja, es wird wärmer. Das ist immer gut. Ein bisschen Dunst ist immer noch da. Ah, das verzieht sich jetzt. Zackig. Portfolie Richtung Süden auf jeden Fall. Ja, also in Ordnung. Falls ihr Fahrzeug findet, dann können wir uns jetzt eins besorgen. Da links sind nur zwei Motorräder. Ah, ich glaube hier in diesem Dschungel sind Fahrzeuge fast nur hinderlich. Oder? Ist nimmer wie da. Na gut, zwei Komma sieben Kilometer, ne? Ich finde hier auf der Langzone laufen, Sergeant. Ja, ich werde die kürzeste Verbindung suchen und drüber. Wir können aber direkt die Fahrzeuge nehmen, wenn ihr sie findet, ne? Also, wie ihr ein Motorrad findet, sollte sie sich nehmen. Oh, ich habe eine Blaupause gefunden. Oh. Und zwar Richtung Süden. Bei dem Turm hier gleich. Da ist ne Blaupause. Sollen wir das machen, Captain? Bei diesem Sendemast, oder? Ja. Da ist ein gelbes Deckel oder weiß. Ah, ja. Jetzt sehe ich's auch. Okay. Was? Das muss die für die AK sein. Das ist eine Blaupause. Wartet, 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 wartet. Wartet mal kurz. Freunde, das Ding wird bewacht von, von einem Behemoth. Wisst ihr was ein Behemoth ist? Ihr könnt es uns gerne angucken, ich zeig euch das ganz gerne. Diese Raddrohne, oder? Nein, das ist die Kettendrohne. Oh shit. Die fährt auf Ketten. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ganz genau die. Und ich glaube wir können die erstmal nicht knacken. Ich bin, ich bin schon ziemlich nah dran. Ich auch. Sie ist schon eine Alarmbereitschaft übrigens, gell? Und was macht die Ketten? Was? Die steht zwei Meter neben mir. Scheiße, die hat voll die Gatling geschützt, ey. Wie können wir uns denn nicht reinschleichen? Ich kann gerne versuchen. Äh, also die zielt nicht auf mich, aber ich stehe zwei Meter neben mir. So, ich kann sie vergasen, indem ich furze. Oh, verdammt ist die Fix. Wir können gerne versuchen uns reinzuschleichen, ey. Bauchlage. Ist direkt vor mir. Und ich bin direkt hinter dir, Boss. Äh, Brian. Ich sehe. Oh ja, sie fährt weg. Ja, wir müssen uns einschneiden. Wenn dann nur in Bauchlage. Oh, hoffentlich überfährt die uns nicht. Übrigens wenn sie euch nahe genug kommen, dann entdeckst ihr euch auch, ne? Ja. Oh, was du nicht sagst. Ja, Prime kannst du da ein Loch einschneiden, in den... In den Zaun. Oh Gott, sie kommt. Oh shit, da kommt sie! Irgendjemand? Prime, ich glaube sie hat dich bemerkt. Oh shit. Ja, ja, ich kann hier den Zaun durchbrechen. Schneller! Fuck, Stella! Sie kommt, sie kommt! Nein, Stella! Sie kommt rum! Aber sie guckt nicht zu dir. Ich bin drin, ich bin drin! Lege hier, lege hier, lege hier, lege hier! Oh Gott, jetzt hast du dich gesehen. Oh ja, hat sie, hat sie! Nein! Aber da ist ein Loch im Zaun. Da ist ein Loch im Zaun. Ähm... Sie glaubt mir nicht an, obwohl sie mich nicht gesehen haben können. Shit, das sind zwei Drohnen! Ah, das kommt automatisch geschützt! Ich lebe noch. Sie ist genau neben mir. Oh Gott, ich bin tot. Boah, die haben Granaten! Die haben Granatenpärfer! Und MGS! Ich habe eine Blaupause gefunden. Jetzt hat er so... Du hast eine Blaupause gefunden? Oh, was für ein Glück! Wo ist denn die scheiß Draune hin? Ja, das war in Ordnung. Die ist jetzt zur Nordseite des Domes. Oh shit, die schießt Raketen! Ja, Granatenwerfer! Habe ich doch gesagt! Wo, wo ist denn der? Wo ist denn diese Blaupause? Ganz oben. Ja, heile mich selbst! Scheiße, ist das Ding gefährlich! Das ist ja ein echter Panzer! Hm, ist das schon da drüben? Ja! Oh ja! Ja, 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 ja! Dann... Also wir müssen ganz nach oben! Okay, easy! Was ist eigentlich, wenn wir diese Drohne erledigen? Schaffen wir diese Drohne zu erledigen? Haben wir diese Drohne zu erledigen? Raketenwerfer habe ich, ja! Ich habe Kanatenwerfer! Oh shit! Oh shit, die schießt du die ganze Zeit auf mich? Von ganz weit weg? Ja, hallo! Auf mich! Wir hatten die uns gesehen! Holy shit! Bin tot! Mein bewegungsloser Körper nimmt sich ein Bad! Mei auch! Also nicht alle sterben! Sonst müssen wir von vorne beginnen! Einer sollte immer ein bisschen... Ja, ich glaube, ich habe ihn mit dem Deal angelegt! Ja, und jetzt geht's wieder! Oh ja, sieht echt nicht schlecht aus! Sie kriegt ja richtig aufs Maul von euch! Ja, verdammt! Jetzt hat sie mich! Lidje, nicht sterben! Aber die Panzerung ist... Weil ich jetzt nur noch das alles... Das Geld ist übrig! Lidje, bleib in Ruhe-Position! Ja, ne? Die fährt vorne rum! Captain, leben sie wieder! Nein! Wir haben noch neun! Achtung, fährt hinten rum, Lidje! Das Ding ist ja echt mobil! Ach, ich bin wieder am Leben! Oh, sie schießt wieder Granaten! Häh? Warte, man macht das verbinden! Oh nein! Woh! Ja, sie hat mich wieder erledigt von der anderen Seite des Flusses! Ich habe noch geschossen... Ach, scheiße! Überleben noch! Ich habe noch 5! Ja... Auf jeden Fall haben wir ja ordentlich hins gegeben! Oh Gott! Wie weit die schießt mit dem Granaten? Ja, ja, das ist auf die andere Seite des Flusses! Sie müssen gut aufpassen. Nein, die Täter können sich immer noch wieder beleben. Ja, ja. Sie können sich wieder beleben. Ja, ja, genau. Und dann... Eine einsteigen. Ja, ja, genau. Und eine Blau-Pause geht. Nein, wir müssen ihn jetzt mal nicht holen. Wir können ihn später holen. Ja, wir müssen ihn jetzt töten. Er ist so gut wie raus, ne? Ja. Er gibt einen Loot. Loot! Bam, sie sind verdeckt. Ich spawne. Jo, ich bin wieder da. Oh, danke schön, Kat. Wir haben sie, glaube ich, ein bisschen wild gemacht. Tja. Was ist denn das Ding jetzt? Ich schwimme mal rüber, damit wir ein bisschen Schuss von allen Seiten haben. Okay. Okay, teilen wir uns ein bisschen auf. Ich nutze diesen Stein als Deko. Ja, sie ist direkt hinter dem Stein. Das Luder. Oh, hoffentlich habe ich noch genug Patronen für den Granatwerfer. Oh, shit. Oh, Gott. Du meinst dich schon wieder. Oh, nein. Jemand hat sie, jemand hat sie höch gemacht. Ich bin gestorben mit Wasser. Unter Wasser bin ich gestorben. Ich bin auch unter Wasser gestorben. Nein! Nein! Ah! Du bist ja alle tot. Ja. Dann warte ich noch ein bisschen, ne? Ah, das ist doch unmöglich. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal mit der Drone. Na, komm schon. Jetzt ist sie so gut wie raus. Achso, klar. Das ist so gut wie raus, sagt er. Ja, deswegen schlauben wir doch alle. Ah, es ist... Wir müssen es halt von vier Seiten kriegen. Das ist halt, glaube ich, alles. Ja, eben. Na, wenn es doch das ist, das kriegt. Positioning. Dann stirbt sie fast von alleine. Werdet schon sehen. Wieviel Schütze muss man auf das... Der, mein Stein war schon richtig gut eigentlich. Wieviel Schütze muss man auf das Standgeschütz machen, bis tot ist? Ich glaube, ein oder zwei. Da ist jemand schon wieder gespawnt. Moment. Ich spawne bei Prime. Hm, Ligi. Wir können nicht über den Fluss. Wir müssen uns ein bisschen weiter ausrollen. Geht's? Kann ich schiessen noch? Ohne, dass wir alle wieder tot sind? Wo ist denn das überhaupt jetzt? Wir sind wieder da. Hab ich Togen Süden. Süden. Standgeschütze ist ausgeschaut. Gut. Ah, einen Moment. Ich muss mich heilen. Die scheiss Drohne. Ich bin schon noch Ligi. Ligi, 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 Ligi. Ligi, 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 Ligi. Die Drohne ist neben mir. Waaaahhhhhhuhh? Hahaha Wo sind die Drohne? Direkt vor mir, Richtung Süden Die schießt mit Raketen, äh mit Granaten Ah, ich seh sie, ich seh sie Von Sonaren nur rankommen Jetzt hat sie mich im Visier, Leute Die Granaten Shit, Granaten! Da, verdammt Ich bin down Oh Gott Das ist da, muss das Geld echt weltvoll sein, wenn du so eine fette Drohne heranschickt Ah, ich bin down Dann bewege ich mich mal nicht, erlebt denn jemand noch überhaupt? Ja Ich nicht Richard, bist du weiter hinten und ungesehen? Bis jetzt ungesehen, ja Nice, gut, ich auch Das Problem ist, wenn ihr nah genug an die Basis kommt, die Pylone, die da stehen um die Basis Diese Zaunpfosten quasi, die leuchten Das sind Sensoren Dadurch weiß die Drohne immer genau, wo ihr seid Ach so Können wir die Pylonen nicht ausradieren? Ich glaube nicht Wo ist es am verbundbarsten? Oh nein, direkt Da, wo es rot leuchtet Okay Okay Sieht mich nämlich nicht Sehr gut Ich seh schon, du kannst auf mich schießen Gut Oh shit, mich sieht sie aber Ich habe eine Granate, habe ich hier in die Fresse gehauen Ich habe hier gerade noch mal ordentlich was gegeben Ich beschiess sie von der anderen Seite des Flusses Ich muss sie verbünden erstmal Scheiße Hey, lange kann es nicht mehr dauern, bis wir sie haben Boah, scheiße, diese Granaten waren präzise Boah, mich hat es schon wieder Wo ist sie denn, Alter? Ja, das steht da noch vor sie ist Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben Komm, die kriegt richtig hart aufs Mal gerade Oh shit, Granaten Granaten Star shit, shit, shit Prime tot Niemand mehr am Leben außer mir? Einfach Litchis am Leben Gott sei Dank Einer muss sich bedeckt halten, ne? Ja, ich halte mich gerade bedeckt Ich habe mich gerade so lange bedeckt, bis ihr wieder da seid Ja, ja, weil ihr habt die Ah, komm, ich habe dir ein paar Magazine gegeben Und einen Granatwerfer Ja, da habe ich keinen Raketenwerfer Habe ich einen Raketenwerfer dabei? Ich habe einen dabei Ich würde gerne nachgucken, aber ich habe Angst, dass ich sterbe Du kannst den Alt gedrückt halten, dann siehst du das Ja, ja, aber Inventar meine ich jetzt Ja, ja, Alt gedrückt halten, das ist dein Inventar Also das, was du dabei hast Ich muss ihn erst wieder ausrüsten Ach so, ja gut, das ist dann Das ist Cheaten, das geht So, ich habe vier Granatwerfer Ja, vier Raketenwerfer meine ich Oh Gott, habe ich überhaupt noch genug Munition? Och, Alter, das geht alles Oh, da kommen die Granaten Ihr dürft nicht bei mir dann sein, weil ich kann jetzt den meisten Hits auf sie machen mit dem Scharfschützengewehr Ja, ich komme zu Scharke Wenn sie ein bisschen ablenkt, dann kann ich hier Ja, da oben ist dann auf dem Stein, wo ich eigentlich vorne war Wo ist sie denn? Ja, sie steht direkt nach vorne Also ich bin dir Direkt vor dir, wo ist sie? Nee, ich war hinter dir Beraten bleiben Ja, ich muss mich Ja, ich bin safe, safe Ich bin ein bisschen äh Wie soll ich sagen? Oh, ich sehe sie Sie schiesst Sie schiesst Ich hatte das Feuer auf mich Lediert Oh shit, sie schiesst auf mich Ich bin da Oh shit, ich auch Jetzt kommen wieder die Granaten Ja, wir rissen da auf dem Stein da oben Ich bin Ja, pass auf, ich bin direkt hinten Ja, ich sterbe jetzt, weil Ich mich verbinden muss Oh shit, ja Ich hole dich gleich, ich hole dich Okay, aber dann nicht mehr schießen, weil ich kann mich nicht bewegen, weil ich mich verbinden musste Granaten bekommen Also ohne Zielkost Dankeschön Ob die Raketenwerfer auf die Entfernung zu schließen ist echt Schwierig, ja So, jetzt aber Halber, ich hole dich gleich, oder? Hoffentlich hol ich dich Achtung, es kommen neue Granaten Ne, ich kann nicht mehr Das ist aber ruhig Weg, 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 weg Ja, man könnte auch mal aufhören zu schießen von da Ich habe sogar nicht geschossen Damit ich mich mal verbinden könnte Fuck, ich bin da Weg von mir Wollen wir ja umpositionieren hier, er ist noch zu gefährlich Wollen wir ja umpositionieren hier, er ist noch zu gefährlich Es hat mich im Visier mit seinen Granaten Perfekt Jaix Ich reib wie ein gehörter Fritz, könnt ihr es nicht bescheissen, würde ich es ablenken? Shit, shit, shit Mal kurz verbinden Ja, fuck nicht, fuck nicht Okay, ich bin verbunden Litchi Äh, down Hol dich Wenn du warten willst Bin gleich bei dir Da ist aber noch ein Gegner von Hast du ein Gegner? Ja, hier ist ein Trupp, ich bin auf der ganzen anderen Seite vom Fluss Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob du bist, aber Ich bleib da Dahinter dir, hinter dir, wenn du dich umdrehst, muss der sein Ich halte mich erst beim Bedenkt Da schießt er jetzt Genau, und dahinter sind noch mehr gewesen, aber die sind noch weiter weg Da ist noch einer, genau, rechts Oh, da sind zwei Oh Gott, die Drohne schießt auf mich Aber gut, ich lebe noch Wir müssen das schaffen, das ist doch ein Witz, dass wir die scheiß Drohne nicht downfliegen Die Drohne ist schon voll behindert, Alter Ich kann mich, ob er übrigens vielleicht wieder beleben Oh, krass, ja, mach mal Ich bin jetzt tot Spawn, da, der bei mir hat Alles gut Ich will mal kurz Mich für selbst versorgen, mal gleich wieder Lebt noch jemand außen mir? Ich schätze, ja Freu mich Kann ich drauf schießen, oder? Nein, warte, ich spawne bei dir Ich weiß nicht mal, wo das Ding ist Ich hoffe, damit bist du hinter mir Ich bin am Wasser Irgendes da, wo ich wieder über dem Stein bin Ich bin am Wasser Oh, ja, ja, ich sehe es Andre, bist du da? Ja, ja Okay, ich öffne Ich habe eine EMP-Granate ausgerüstet Ach, da, ja, ich bin direkt dahinter Ich gehe links rum da Also Richtung Süden Nicht in die gleiche Richtung gehen Schleich mich mal ran Scheiße Ich habe keine Munition Keine Granaten mehr, Leute Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ja, wir haben sie Sie ist tot Geil Jetzt können wir bitte einer aufhelfen Oh nein Fuck Oh, das hat richtig Richtig was gebracht Boah Mega shit Wo bist du denn selber, Kill? Äh, ich bin ein wenig Südlich der Drohne Hinter Ah, direkt bei mir Ja, genau Aber wo genau ist die Frage Ah, da bist du Ja, genau Da liege ich Fuck War das jetzt wild Holy moly Und wie viel Waffen ich jetzt droppe Jetzt könnten wir zwei Schusswaffen benutzen Scheiße Scheiße Braucht ich jetzt neue Muni Los Ja Bus, wir haben sie gekillt So, was los Wir haben sie gekillt Die Drohne ist down Wir haben eine Menge gedroppt Ich bin stolz auf euch Ich habe zwölf Patronen gekriegt Alter Wie viel das scheiß Ding aushält Ja, ihr müsst hinten alles absuchen Da ist auf jeden Fall noch Munition Ja, Munition brauche ich jetzt auch dringend Ich habe keine Granaten mehr Captain, ich habe eine Blaupause gefunden Wo ist denn diese Blaupause? Ganz oben Ja, ich weiß Da war doch eine Kabelaufause oder nicht Deswegen sind wir noch hier gewesen oder nicht Ja, hier die Leiter auf Prime Ja, ja Da ist übrigens unten auch noch eine Kiste Unter Auf der linken Seite Und da ist Munition Aber die haben es schon in sich die Drohnen oder? Die sind krass Aber es ist halt weil wir Relativ schwach ausgerüstet sind momentan Ja, aber das sind doch echte Panzer oder? Ohne EMP Kommt man da ja nirgendwo hin Ja, das ist echt brutal Puh, dann zum eigentlichen Ziel oder? Warte, warte, ich muss das mal noch hier alles mitnehmen Ja, ich muss auch noch mal ein paar Dinge checken Oh ja, da ist schon einiges Ja, jetzt habe ich eine bessere Waffe mit Granatwerfer Supi Hat sich ja fast gelohnt Fast? Das hat sich sowas von gelohnt 4K in Ordnung oder? Die kann ich nicht herstellen Dafür müsste man Da muss fast mal ins Lager Ganz genau Aber ich habe jetzt jede Mega XP gekriegt Was hat man gekriegt? Er hat eine Erfahrung gewonnen Das definitiv Boah, das Gewehr geht ziemlich schnell Alter, musst du über mein Ohr schiessen Ja War hier im Hochsitz schon mal jemand oben? Ja, ist nichts drin Hier ist nichts drin Boah, jetzt habe ich eine mega geile Diegel Ganz kaum erwarten die gegen einen schweren Schwitzen auszuprobieren Okay, weiter Richtung Ziel, oder? Ähm, was für eine Blaupause war das eigentlich nochmal? Weiß nicht Ich habe nicht drauf geguckt Ich habe angenommen Was sieht man denn eigentlich welche Blaupausen man schon hat? Das sage ich dir dann, wenn wir in Marias Shop sind Also wenn wir wieder zu Hause sind Okay Ich würde sagen, machen wir den noch fertig und dann auf nach Hause, oder? Ja Ja, klingt gut Mann, wir haben ja einen halben Krieg geführt Das haben wir Definitiv Aber durch das Erfolgreich heute Außer es ist vielleicht die Drohne gerade Aber Hallo, wir haben sie platt gemacht Ja, ich meine hier gerade die Drohne Wir haben sie platt gemacht Ja Boah, aber die kann echt was aushalten Ich habe alle 12 Granaten drauf gefeiert Und die ist nicht verreckt Was passiert nichts? Entspann dich Sentinels auf dem Rücken Hoffentlich begegnen wir solchen nicht öfter Lachen die da was aus? Hallo Ich will ihm nichts tun Ich suche nach diesem Ort Könnten sie mir sagen wo es lang geht? Das weiß ich zu schätzen Bein freundet sich an mit den Leuten Ja, er wäre ein Motorrad Ja Richtig Eins Ja, aber wenn wir überall eins mitnehmen, dann Drohne Drohne Ja Ich kann mich hier nicht tarnen Ich bin jetzt geluschgekretet Ich hoffe das reicht Sag es mal so, wenn ich dich nicht sehen kann Sag es mal so, wenn ich dich nicht sehen kann Dieses Ding ist doch das nervigste Ding auf der Insel Welchen so einen tragbaren Raketenwerfer Daran gebe ich dir absolut recht Aber die Insel muss relativ groß sein, wenn es sich auszahlt, so eine Riesendrohne da rum patrouillieren zu lassen Die ist ja auch relativ groß, aber Schon Guck mal das zwei Stückchen was wir jetzt laufen sind Das sind drei Kilometer Ja Schätzt man so auf Größe von Kreta, oder? Ich war noch nie auf Kreta Ich sehe auch nur einen vorsichtigen Schätz Ja, man muss es mit etwas vergleichen, was man kennt Ja Oh, das ist nicht so gross wie Mallorca Ich würde sagen Mallorca Ich war noch nie auf irgendeiner Insel Ist Mallorca grösser als Kreta? Weiss sicher niemand Nein, ich glaube nicht Nein, ich glaube nicht Äh, ich glaube Kreta ist kleiner als Mallorca Geil So, dann müssen wir jetzt die gefangenen Versorgung befreien Oh, ich sehe Oh, ein Lager Und der Zivilist lebt, Alter Das sind Schusskünste, da? Wow Und wir haben ein Jeep Ja, aber hier ist nach dem Tod Zivilist Die haben die anderen umgebracht Das waren nicht wir Nein, wir sind schon drin, let's go Ja, warte, ich Lass dir das Mal kurz nach dem Ort Warte, mal untersuchen Ich sehe hier eine Waffe Ja, seht ihr? Die kann man sehen Ich habe eine Waffe gesehen und sie aufgehoben Hallo, let's go Hallo Zum Glück hat euer Captain eine Geländetauglichkeitsbescheinigung Ja, ja, wunderbar Ja, in Lotto gewonnen Oh shit Ich sehe die Geländetauglichkeitsbescheinigung Oh, Captain, lassen Sie mich ausschlagen, die kommen hinter uns her Die können nicht hinter uns herkommen, come on Wir sind ja schon einen Kilometer weiter Tja, Schütze Habt ihr das gesehen? Geiles Manöver Wow Elegant, ja Elegant, sag ich dann immer Man merkt die langjährige Erfahrung im Skateboardfahren Was ist passiert? Unser Auto ist weggedackt Unser Auto ist hier in das tiefe Loch gefallen, aber wir haben es geschafft, rechtzeitig auszusteigen Was für Teufel Das sei denn, weil wir eine Überlebensausbildung absolviert haben Zum Glück waren wir nicht im Boot unterwegs Ach, come on Wir waren so schnell, wir haben die physikalischen Grenzen durchbrochen Das Auto ist mit Licht wie Geschwindigkeit durch die Zeit gereist Scheiß auf die Nase, da wirst du die schlausten Köln Patrouille, äh, Norden Was auf Norden? Wo in Norden? Ah ja, stimmt, da drüben Das sind drei Leute, oder sind das zwei und ein Zivi? Drei und ein Zivi kniet Ah, okay Bin ready Ja, mich auch Let's go Ach, das sind das vier, oder der Zivi war noch tot? Der Zivi war nicht tot, den Zivi hat jemand erschossen, oder? Nein Der Junge lebt noch Ja, der da hinter dem Scheißbaum, ja Das waren das vier Feinde Alter, verrückte doch Dann waren das vier Feinde und der tote Zivi, der da liegt Der, der gekniet hat, das war auch ein Feind Uh, meine Herren, ich hab... Ich hab beim Feind eine sehr gute Waffe gefunden Kubschrauber Ich hab das doch bestimmt gesehen, oder nicht? Nö, er hat was nicht gesehen Das ist nur eine Paketrunde, die mir angezeigt wird Kubschrauber kenn ich nicht Hab ich gehört? Ich hab gehört Ja gehört Ja gehört schon, aber ich meine... Beim Fokussieren Base frei Wozu haben die eigentlich diese seltsamen Bögen überall hingestellt? Das sind, äh, Verkehrsleiters hier Äh? Ich vermute mal, das sind Informationsstaffeln, weil sowieso, glaub ich, der Verkehr autonom hier gesteuert wurde Alle 100 Meter sowas? Naja Ja Damit sie Rennen fahren können 100 Meter Rennen Hast du jemand noch das Ziel da? Nö Nö Ich auch nicht Fuck Wir können noch passieren, nördlich von Harrison Forest Dann muss es... Das ist die einzige Einrichtung nördlich von Harrison Forest Ja, da drin Ach, wir müssen mal auf verlassen klicken Auf was? Ich habe links unten eine Möglichkeit auf verlassen zu gehen mit E Ich glaube, ich bin noch im Jeep Glaub ich nicht Okay Ach so, ich... das steht bei mir auch Vermischt jetzt nicht Nördlich von Harrison Forest, ja, da müssen wir hin Ja, das ist die einzige Anlage, wo auch, ne? Seht doch mal, wie komisch dieser Baum da gewachsen ist In Form einer Wirbelsäule Das ist ein Verladebahnhof, so wie es aussieht Meine Herren Äh, ja, normale Wachen, ein Automatikgeschütz, genau vor uns quasi Ein bisschen höher gelegen Generator in der Mitte der Basis Gibt es da auch einen Weg rein, oder müssen wir uns durch den Zaun schneiden? Scharfschützen auf den Dächern sehe ich nicht Es gibt einen Weg rein, ja, wir können hier gleich rein, aber Ich suche nochmal ganz kurz, ob wir hier Scharfschützen haben Keine Scharfschützen auf den Dächern Schwere Schützen sehe ich für das erste auch nicht Sind Passivisten Also mein Einsatzziel wird mir aber 220 Meter Richtung Nordosten angezeigt, tatsächlich hinter uns Richtung Nordosten? Ähm, mir wird gar nichts Oh ja, doch, jetzt doch, ja stimmt, jetzt auch Stimmt, dann ist es, ok Echt, mir wird gar nichts angezeigt Dann folgt mir Ah, der Prime recht Ah, jetzt sehe ich es wieder, ok Jetzt ist es wieder weg Naja Ah, wir laufen da in die Richtung Dann hätte man die arme Basis, äh, umsonst ausgeschlachtet Da Ok, und wo ist jetzt diese komische Person? Sehr gute Frage, ja Sie muss gefangen sein Irgendwo Patrouille kommt auf der Straße, Vorsicht Ja, die laufen weg Ah, Moment, da hinten auf Westen Das sehe ich zwei und eine Polizeidrohne Vielleicht ist das, das ist da die Person Ja, das ist Oh, ja, ja, hm Wie können wir das sehen? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ah, shit Oh, von hinten Oh, shit, das ist Das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich Jetzt sind wir aufgeflogen Nicht den Gefangenen töten Nicht den Gefangenen töten Ich habe die Feinde ausgeschaltet Schnell Lass die Näher kommen Hallo Das ist nur wie nach einem Typen, oder? Ah, ja, aber immer näher kommen lassen Weil ihr schießt Ok, der Ball ist frei, er läuft immer Äh, Person führen, ich glaube wir müssen den jetzt irgendwo hinbringen, oder? Oh ja, nein, noch Da rein ins Fahrzeug, oder? Ja, ich sehe es schon da hoch Ja, ich sehe es schon da hoch Patrouille kommt 600 Meter, ja, Fahrzeug können wir nehmen, ja Ja Verschulden sie dich Ist tot, ist tot, ist tot Ist tot Ist tot Ok, zwei hinten und ein Randsgeschütz, bitte Ich versuche reinzusteigen Ich scouter Alles gut hier, wenn man durch den Dschungel brettert Ja, einfach rein, oder? Ja, einfach rein Ja, einfach rein Ja, einfach rein Ja, einfach rein Bei dem Prime nicht Sorry Ein Thema Oh shit, die Palmen sind hart in dieser Jahreszeit Ganz schön eng hier Ganz schön eng hier Uff, ja, da ist alles gut Hallo Ich will Ihnen nichts tun Hallo Danke Das weiß ich zu schätzen Ähm, haben wir es jetzt abgeschlossen, oder? Nö, er musste erst mal hinlaufen, der Idiot Bist du im Haus? Ist er da jetzt hingelaufen? Ja Ja, ich glaub du hätt's geschafft, ich hab Raketenwerfer bekommen Wie rüste ich den Raketenwerfer aus? Ja Inventar Mit GE Manche Leute bekommen Raketenwerfer, andere bekommen Stiefel Ich hab auch Stiefen bekommen. Ja, aber wie tauscht ich da etwas aus? Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder die Hauptmission verfolgen. Tschau. Vielen Dank.